Der Wald wirkt auf den ersten Blick gesund, doch der Schein trügt. Katrina Schaffhauser sucht ihr Revier im Grabfeld nach Borkenkäfern ab. Ja, das ist das, was ich befürchtet hatte. Wir sehen es am Stammfuß hier. Ganz viel Bohrmehl, was im Moos hängt. Nur maximal sechs Wochen bleiben der Försterin, um die betroffenen Fichten zu entnehmen, bevor der Borkenkäfer übergreift und noch größeren Schaden anrichtet. Also hier sieht man ganz wunderbar die Käfer sitzen. Ein kleiner Käfer mit großem Schadenspotenzial. Er verbreitet sich rasant. Die gut 60 Jahre alte Fichte muss schnellstmöglich raus. Katrina Schaffhauser markiert den Standort. Wieder muss die Försterin einen Teil des Waldes zum Abholzen freigeben. Und sie hat Sorge, dass es bald so aussehen wird, wie auf der Fläche nebenan. Dort hat der Borkenkäfer bereits zugeschlagen. Die Förster im Grabfeld leiden mit den Waldbesitzern. Das ist auch ein großer wirtschaftlicher Verlust für die Waldbesitzer, die ja jahrzehntelang hingepflegt haben. Das ist ihre Sparkasse gewesen. Sie wollten hier ja ernten, wenn sie das geplant haben. Und das ist nicht mehr möglich. Dazu kommen Investitionskosten für die Neubepflanzung. Mit neuen Mischbaumarten wollen die Förster einen klimastabilen Wald gestalten, der Borkenkäfern trotzt und fit ist für die Zukunft. Und das ist ein kurzer Ich grill.